Grüß Gott, mein Name ist Karin Schlindner. Ich bin Mutter von drei erwachsenen Kindern und einem Pflegekind, hatte eine Praxis für Frauen und Darmgesundheit und bin seit einem Jahr junge Pensionistin. Ich habe mich gefragt, was will ich denn jetzt noch die nächsten 30, 40 Jahre machen? Und ich bin auf ein sensationell einfaches Konzept gestoßen, mit dem ich meine neu entdeckten Visionen und Träume leben kann. Und zwar Gleichgesinnte wie ich, jung gebliebene Pensionisten und Pensionistinnen, eine Vision zu geben, wie sie noch einmal ein Beitrag sein können für die Gesellschaft, aber auch für ihre finanzielle eigene Freiheit. Dann sind wir uns doch ehrlich. Viele Frauen in meinem Alter haben sich für die Familie entschieden und dann nur mehr halbtags gearbeitet. Und damit bleibt nur eine kleine Pension. Wenn sie noch alleinstehend sind, ist das noch viel gravierender. Ich gebe oder biete Frauen mit diesem Konzept eine Möglichkeit, für sich selbst noch einmal die finanzielle Freiheit zu leben, ihre Wünsche und Träume selbst erfüllen zu können. Also wenn Sie sich hier angesprochen sehen, herzlich willkommen bei uns in unserem wunderbaren Team. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.